So, da sind wir wieder zurück und ich bin gespannt wie es jetzt weitergeht nachdem wir eigentlich haben zwei Hauptcharaktere sterben lassen. Ja, es bleibt spannend. Achso, oh, ich bin noch nicht tot. Okay. Wir sehen aber ziemlich scheiße aus ehrlich gesagt. Oh man, wir sehen ziemlich abgefuckt aus. Also in meinem ganzen Müll. Wie wollen wir jetzt wieder zurechtkommen? Auge fehlt. Das beeinträchtigt sich, beschädigt die Gesichter. Okay. Oh, ouch. Oh mein Gott. Link und rechte Bind Komponente fehlt. Haben sie einfach abgerissen oder was? Alle Systeme im Energiespernmodus, Defektierung, Pumpenregulierer. Also sind wirklich komplett im Arsch. Aber können wir es überhaupt alleine schaffen? Funktionsfähig und kompatibel. Aber wir haben ja keine Energie. Okay. Wie will ich damit? Hefte ich einfach das Bein rauszureißen. So. Und geht das? Äh, kannst du zumindest bewegen. Zehen auch und alles. Damit musst du ein bisschen besser vorankommen. Inkompatibel. Sieht noch so aus, ob das Ding Energie hat, ne? Bewegt sich garantiert gleich. Hä? Wer ist das? War das der Typ, der gestorben ist? Der hier im Gerichts-, also der im Verhörzimmer, der Typ? Hm, da saß noch einer. Der lebt da auch noch. Okay. Wir haben keine Energie mehr. Okay. Was ist das übel, ey? Äh, wir sind halt nichts wert. Äh, wir sind nur ein Abfallprodukt. Ähm, wir hören ja auch nichts. Ich muss gerade so ein bisschen Hellblade denken. Wird mal, der bewegt sich gleich. Okay. Krass. Müssen wir bloß aufpassen, weil wenn hier irgendwelche Schrotttypen sind. Ist genauso wie diese, diese, ja genau. Was wir bei Hellblade hatten. Die Unterwelt, wo die ganzen Arme der Toten rausgucken. Entsprechend. Los, ja. Alter. Ist das übel. Inkompatibel, okay. Der sieht gut aus. Ah, Mist. Ah, ist er mal da? Hm. Mist. Müssen wir euch jetzt alles abklappern. Weil Scannen geht nicht mehr, weil ist ja alles kaputt. Ja. Macht ja irgendwie Sinn. Es bewegt sich noch. Hier liegt was. Auch inkompatibel. Es hat so Terminator-Style. Das geht nicht. Schade. Da vorne liegt was. Mal gucken. Okay. Okay. Ja gut, wir können seine Pumpe gebrauchen, ne? Vielleicht geht das. Hm. Was ist mit ihm hier? Bitte sagt, dass es... Ah ja, super. Zumindest das erst mal. Ich muss aber. Ich will leben. Es tut mir leid. Aber du bist schon beschädigt. Und ich habe eine höhere Mission. Okay. Ja, dann mach schnell. Okay. Und? Das ist schon scheiße. Übel, ey. Woa. Fuck! Und? Yes! Audioprozessor! Man muss halt echt nur suchen, ne? Und? Wir hören jetzt gar nichts. Ahja. Okay, funktioniert. Können wir jetzt scannen? Ne. Weil der visuelle Prozessor noch nicht... Oh, warte, warte, hier war es. Ja, zum Glück. So. Hallo. Ich bin ein AK 700 Android. Mein Zweck ist Ihnen zu dienen. Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Bitte kontaktieren Sie das Cyberlife Button Center. Ah, okay. Das sieht so übel aus, wie sie hier versuchen zu entkommen. Die Überreste und alles. Na, jetzt können wir auch wieder scannen. Haben wir gesehen, da vorne ist was. Hm. Hm. Ah, scheiße, ey. Das ist voll übel. Das ist wieder so ein Leichenberg. Ist es ja eigentlich auch, wenn du es so nimmst, ne? So krass irgendwie. Okay. Okay, komm, wir schaffen das. Ist wie so eine Wiedergeburt gerade. Und die Musik erinnert mich gerade an Interstellar. Komm schon. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wiedergeboren. So. Und jetzt was machen wir dann. Nachdem wir jetzt behandelt wurden. Aber auch krass, ne, dass er als der andere gestorben ist. Sein Herr. Dass er dann gesagt hat, Vater, ne? Hm. Okay. Und wozu diente das Ding? Dann einfach nur der Kontrolle, dass man es von außen sieht, ne? Weil so sieht er jetzt ja aus wie ein ganz normaler Mensch. Kann keiner mehr sagen, dass er ein Android ist. Hm. Krass. Cool. Sehr, sehr geil. Hammer. Von den Toten, ja. Oh. Okay. Es gab noch andere Möglichkeiten. Aber letztendlich läuft alles darauf hinaus, ja. Also er hätte meinte nur noch woanders dann Teile finden können anscheinend. Naja, gut. Ähm. Dann soll es das für heute gewesen sein. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Euer Mr. Zogger.